Ja, hallo, da bin ich wieder. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Ja, was will ich heute mal für uns aufbereiten? Es geht ja immer wieder um dieses Thema No-Contact. Das erwähne ich auch fast in jedem Video. Doch ich möchte heute mal ein paar Worte dazu sagen. Was machen eigentlich die Narzissten, wenn wir auf No-Contact gehen? Was passiert da eigentlich beim Narzissten? Hier noch zwei, drei Worte zu meinem Kanal. In meinem Kanal geht es überwiegend um romantische Beziehungen mit Narzissten und Narzisstinnen. Ich erkläre hier nicht so sehr die Begriffe aus dem narzisstischen Kreislauf. Ja, und dann möchte ich auch schon ganz schnell in das neue Thema einsteigen. Ja, es ist ziemlich spannend, denn wir fragen uns natürlich, was passiert beim Narzissten, wenn wir in den No-Contact gehen? Und ich sage es ja auch immer wieder, dass es natürlich die wichtigste Maßnahme ist, um aus diesem narzisstischen Kreislauf herauszukommen. Und es ist tatsächlich so, dass die Narzissten zunächst einmal auch selbst glauben, dass diese Beziehung zu Ende ist. Und wie ihr euch natürlich auch vorstellen könnt, und das habe ich auch in einem anderen Video schon mal erwähnt, sind wir ja quasi wie das heimliche Eigentum für die Narzissten. Also könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, dass der Narzisst das nicht einfach so hinnehmen möchte und dass das den Hölle wütend macht. Also das glaubt man nicht, dass dem das egal ist. Und er fängt jetzt natürlich an oder sie fängt jetzt natürlich an zu überlegen, wie kann ich die Kontrolle wieder zurückgewinnen. Und da ist so viel Wut, so viel Hass in dem Narzissten, in der Narzisstin dann gewachsen, dass sie jetzt über alles Mögliche nachdenken, wie sie sich an uns rächen können. Denn wie ich es schon gesagt habe, wenn wir in den Nullkontakt gehen, was machen wir da? Dadurch, dass wir weg sind, nehmen wir dem Narzissten die Kontrolle über uns. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie hölle wütend der wird. Und zudem fühlen sie sich natürlich auch irrelevant. Sie sind einfach nicht wichtig für uns. Das ist die Message, die wir durch den Nullkontakt an den Narzissten geben, an die Narzisstin geben. Das werden die nicht so einfach hinnehmen, das könnt ihr euch vorstellen. Einer der Hauptgründe dafür, dass sich die Narzissten so aufregen, ist natürlich auch, dass sie dich schlichtweg nicht leiden sehen. Dass sie uns nicht leiden sehen. Also nicht sehen, wie depressiv und einsam wir in dieser Situation sind. Sie können sich daran quasi nicht ergötzen. Sie können quasi überhaupt nicht ertragen, dass sie nicht beobachten können, wie wir uns immer wieder anstrengen und uns unterwerfen. Und praktisch unter diesem Druck in dieser Endphase, die Narzissten ja auf uns ausüben, uns unterwerfen quasi. Also dieser hinterhältigen Vorgehensweise, der Narzissten anpassen, nicht katzbuckeln, unter diesem hinterhältigen Verhalten, das die Narzissten anwenden, um uns zu zerstören. Wir alle wissen nur zu gut, wie schwer dieser Nullkontakt ist. Das ist ja keine leichte Zeit. Und natürlich, ich weiß es ja, wie es mir selbst ging in dieser Phase, dass man am liebsten natürlich Kontakt zu dieser Person aufnehmen möchte. Und das ist ja auch das Schwere daran, diesen Nullkontakt einzuhalten, weil man diese Person einfach extrem vermisst. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen. Was vermissen wir denn eigentlich? Was vermissen wir? Wir vermissen in Wirklichkeit etwas, was wir nicht bekommen haben und was es am Anfang mal gab und sich dann im Laufe der Beziehung immer mehr in gemeine, hinterhältige Handlungen des Narzissten gewandelt hat. Ich sage es jetzt hier einfach nochmal an dieser Stelle, weil im Grunde genommen, warum sind wir denn bereit, überhaupt in den Nullkontakt zu gehen? Wir sind ja nur deshalb bereit, in den Nullkontakt zu gehen, weil uns das Ganze so verletzt und auslaugt, dass man einfach mal raus muss aus dieser Nummer und auch will. Und darum gehen wir in den Nullkontakt. Und dann passiert durch dieses Traumabond, ja natürlich, dass wir immer wieder darüber nachdenken und wieder bei uns anfangen und wieder denken, naja, wenn ich jetzt das oder das mache, dann wird das alles wieder gut. Aber was habt ihr in dieser ganzen Zeit denn alles schon getan? Ihr habt schon so viel getan und es wurde nichts gut. Es wurde immer schlimmer. Seid da bitte ehrlich zu euch selbst. Aber nun kommen wir wieder zurück. Was der Narzisst macht, wenn ihr in den Nullkontakt geht. Was machen sie also? Sie versuchen, wieder mit uns in Kontakt zu kommen. Sie versuchen zunächst einmal rauszufinden, wer aus dem Umfeld des Narzissten noch in Kontakt zu uns steht. Und zwar auch in einem guten Kontakt zu uns steht. Dazu müssen sie natürlich entsprechend auch die Weichen stellen, dass diese Informationen, die sie an uns übertragen wollen, weil sie ja nicht direkt an dich herankommen, an uns herankommen, über einen Dritten an dich herantragen. Auf diese Art und Weise ist es natürlich leicht für den Narzissten dieses vergiftete Gedankengut über Dritte an euch heranzutragen. Aber sie machen noch mehr, weil eins muss uns natürlich auch klar sein. Wenn wir den Narzissten rausschmeißen, wenn wir Schluss machen, machen wir natürlich nicht nur Schluss mit dem Narzissten. Das muss uns klar sein. Sondern wir machen auch Schluss mit Freunden, Familienmitgliedern und anderen Personen, die uns nahestehen. Weil der Narzisst hat ja, wie ihr wisst, das habe ich auch in vielen Videos schon erwähnt, euer ganzes Umfeld infiltriert. Das bedeutet, dass eure Isolation gerade am Anfang vom Nullkontakt extrem groß sein kann. In den allerschlimmsten Fällen sind wir, seid ihr sogar so isoliert, dass ihr niemanden habt, erstens dem ihr vertrauen könnt und zweitens, wo ihr euch hinwenden könnt. Aber das stimmt nicht. Es gibt Leute, die wirklich eng zu euch halten werden. Für euch ist es nun daran, aber auch in dieser Zeit herauszufinden, wer diese Leute sind. Die Leute, die der Narzisst in dieser Zeit aussucht, sind natürlich die, die diesem Narzissten vertrauen und dieses Böse und Gemeine in diesem Narzissten einfach nicht erkannt haben. Die hat ja genauso wie euch, ihr seid ja letztendlich sogar mit dem in einer Beziehung gelandet, hat er die so eingewickelt und eingepackt, dass diese Narzissten es wirklich geschafft haben, dass die Person, auf die sie zugehen, dem Narzissten mehr vertraut, als dass er euch vertraut, dass die Freunde euch vertrauen, dass die Familie euch glauben, was da abgelaufen ist. Das ist das Schwere auch in dieser Zeit. Und das ist ganz, ganz besonders traurig für euch, weil es wird einem ja dadurch bewusst, dass sozusagen dein Unterstützungssystem, dein ganzes Netz aus dem Menschen, was du dir über vielleicht sogar viele Jahre aufgebaut hast, wegbricht. Es bricht weg und du hast das Gefühl, du bist ganz allein auf dieser Welt. Und da passiert es eben ganz, ganz oft, und das lese ich ja auch in den Kommentaren leider immer wieder, dass ich es nicht geschafft habe, den Nullkontakt aufrechtzuerhalten. Glaubt mir, mir ging das ganz genauso. Und in den extremsten Fällen gehst du mit deinen Problemen sogar zu dem Narzissten zurück und erzählst dem, wie es dir geht. Und dann hat er genau das wieder erreicht, was er erreichen wollte oder sie erreichen wollte, dass sie dich unter die Kontrolle bekommen und dieses Leid, was sie dir zufügen, auch noch sehen kann. Versteht ihr? Darum ist es so, so wichtig, sich auch darüber im Klaren zu sein, dass die das nicht einfach nur machen, weil sie mit dir sprechen wollen und zu dir zurück wollen, wenn sie dann auf dich eingehen. Nein, sie wollen dich uns leiden sehen, wirklich, das wollen die. Und dann ist es auch so, es gibt zwei Seiten auch wieder bei diesen Unterstützern des Narzissten, sage ich jetzt mal, weil der Narzisst möchte, dass ihr auf der einen Seite auch wisst, mit wem der Kontakt besteht und auf der anderen Seite infiltrieren sie aber auch die Menschen, die euch nicht sagen, dass der Narzisst mit ihnen in Kontakt steht. Es ist beides blöd. Ich erkläre es auch gleich, warum. Weil letztendlich geht es ja darum, dass beide Gruppen sozusagen euer Verhalten über den Narzissten beeinflussen. Versteht ihr? Also praktisch der verlängerte Arm des Narzissten sind. So, und jetzt geht es nämlich los, das habe ich auch beim letzten Video, glaube ich, schon erwähnt, diese sogenannte Smeer-Kampagne. Guckt das ruhig auch nochmal nach bei anderen, was diese Smeer-Kampagne ist. Aber letztendlich beginnt jetzt der Narzisst bei diesen Leuten, bei deinem Support-System quasi, diese ganzen Dinge, die der Narzisst selbst gemacht hat, auf euch zu übertragen. Also, er fängt an, diesen Leuten zu erzählen, dass du ständig Drama gemacht hast, dass du total verrückt bist und dass du sogar heimlich betrogen hast, dass du Geld geklaut hast. All diese Dinge, die der Narzisst selbst gemacht hat, erzählt er deinen Freunden und deinem Support-System oder Zugriff hat. Und ihr wisst, wie manipulativ die Narzissten sind. Diese Menschen, diese Freunde, dein Support-System, deine Familie, nicht alle, aber einige werden das wirklich glauben. Die Narzissten stellen sich selbst im Ende dieser Beziehung sozusagen als Opfer dar. Ja, so unglaublich das klingt, aber sie drehen das alles um, wirklich. Und sie tun so, als hättest du das alles gemacht. Sie verdrehen die Geschichte komplett. Also, ihr müsst euch wirklich leider darauf einstellen, dass ihr viele Leute in eurem Umfeld einfach nicht mehr haben werdet, dass sie auf diese Narzissten quasi reinfallen und ihr auch ziemlich isoliert dasteht. Das ist wirklich eine der miesesten Taktiken, wenn ihr in den Null-Kontakt geht. Also, es ist klar, ihr werdet Familienmitglieder, Freunde, die früher zu eurem Umfeld gehört haben, schlichtweg verlieren. Was passiert natürlich auch noch dadurch, dass sie jetzt dieses Mehrkampagnen praktisch mit euch angefangen haben, provozieren sie natürlich auch, dass du das richtigstellen möchtest. Das ist ja normal. Was machst du also? Du brichst den Null-Kontakt. Du brichst den Null-Kontakt, um diesen Narzissten zurechtzuweisen und dem zu sagen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Und was hat er damit erreicht? Er hat dich provoziert über Dritte, dass du den Null-Kontakt brichst, um alles richtigzustellen. So sind Narzissten. Also, das Beste, was du für dich selbst tun kannst in dieser anfänglichen, ganz besonders anfänglichen Null-Kontakt-Phase ist, die Smeer-Campagne zu ignorieren. Fallt nicht darauf rein, diesen Narzissten dann anzurufen, um wieder alles richtigzustellen. Dieses Smeer-Campagne müsst ihr ignorieren. Seid wirklich darauf vorbereitet, dass ihr viele Freunde und auch Familie verlieren werdet. Es ist leider so. Und stellt euch bitte darauf ein, dass solange der Narzisst noch nicht wirklich hundertprozentig weg ist, wird auch darüber hinaus, auch über diese, über Jahre, die Smeer-Campagne niemals enden. Die werden sich immer wieder an euch versuchen zu rächen. Und das kann sogar passieren, dass ihr über die Zeit immer mehr Familienmitglieder oder auch Freunde verliert. So ist es leider. Stellt euch darauf ein. Ja, und eine weitere Sache ist, dass sie zum Beispiel plötzlich Sachen machen, die sie vorher niemals getan haben. Sie werden alles erdenklich Mögliche machen, um zu provozieren, dass du diesen Null-Kontakt unterbrichst. Das kann im Positiven wie auch im Negativen sein. Was weiß ich, sie schenken dir über Fleuro plötzlich jede Woche oder jeden Tag Rosen oder sowas. Das könnte das Positive sein. Das Negative könnte sein, dass sie so tun, als hätten sie einen Unfall gehabt und versuchen, dich dann über Dritte irgendwie zu erreichen, dass die dir sagen, dass es dem ja so schlecht geht, dass der einen Unfall hatte oder krank zu Hause liegt und unbedingt Hilfe braucht. Versteht ihr, also die ziehen alle möglichen Register, dass ihr diesen Null-Kontakt unterbrecht. Fallt nicht darauf rein. Das wollen die. Und das ist auch egal, weil ihr seid ja nicht die einzigen Menschen, sage ich jetzt mal so krass, auf dieser Welt, die dem helfen können. Es gibt ja auch noch andere. Weil eure Beziehung ist beendet. Ihr wollt keinen Kontakt. Ihr wollt aus dieser Nummer heraus. Warum solltet ihr euch also darum kümmern? Und letztendlich hat diese Person ja auch ständig damit rumgeprallt, dass sie ja so gut vernetzt und bla 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 alles Mögliche sind. Warum müsst ihr euch also darum kümmern? Ihr seid dafür nicht verantwortlich. Macht euch das klar. Also sie werden wirklich alles Mögliche provozieren, dass ihr diesen Null-Kontakt, Null-Kontakt unterbrecht und versucht, das wirklich zu ignorieren. Fallt nicht darauf rein. Und wenn das denn alles nicht hilft, dann ist der letzte Punkt jetzt hier, dass sie dann anfangen und tun, als würden sie sich extrem um dich sorgen, um uns sorgen. Sie sind so besorgt, dass es uns so schlecht geht. Wir sind ja mental auch gerade wirklich nicht auf der Höhe. Und wir brauchen doch Unterstützung. Also sie gehen dann quasi auf eure Freunde, auf eure Familie zu und spielen dann noch den Helden, so nach dem Motto, sie machen sich einfach Sorgen. Und dass du im Moment total neben dir stehst und dass sich doch jemand um dich kümmern muss. Also sie tun dann sogar noch so gegenüber deinen Freunden und deiner Familie, als wärst du nicht ganz dicht in der Birne. Ja, ist so. Und sie sind doch diejenigen, die die ganze Zeit dich umsorgt und dir geholfen haben. Und sie verstehen einfach überhaupt nicht, was mit dir los ist. Du bist mental völlig neben der Spur. Und das Schlimmste wäre vielleicht sogar noch, wenn du dir was antust. Sie wollen also, dass du instabil dastehst. Sie wollen, dass du instabil wirkst. Dass wir instabil wirken. Dass wir unser Leben nicht im Griff haben. Das soll dein Umfeld denken. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, wie perfide die sind. Und dass du quasi nicht in der Lage bist, die richtigen Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Und es geht immer nur darum, dass sie da diese Leute noch mit einspannen, dass du diesen No-Contact unterbrichst. Um nichts anderes geht es. Doch was heißt das jetzt alles unterm Strich? Nur Kontakt ist wirklich die beste Methode, um diese Menschen loszuwerden und auch zu euch selbst zurückzufinden. Das ist wirklich wichtig. Doch ihr müsst wissen, nur, dass ihr jetzt diesen Kontakt unterbrochen habt und aufgehört habt, weiter in Kontakt mit diesem Narzissen zu stehen, ist es damit leider nicht vorbei. Eigentlich beginnt in dem Moment, wo ihr euch für Nullkontakt entscheidet und das wirklich tut, die heiße Phase des Endes der Beziehung. Sie werden euch wirklich alle möglichen Fallen stellen, dass ihr wieder mit denen in den Kontakt tretet. Die werden richtig obsessiv versuchen, zu euch wieder Kontakt zu bekommen, um wieder Kontrolle über euch zu haben. In dem Moment, wo wir anfangen, uns für uns selbst zu entscheiden, kommen die damit überhaupt nicht klar. Das bedeutet, dass diese Misshandlungen in dieser Beziehung eigentlich noch gar nicht ausgereicht haben, jetzt mal so im übertragenen Sinne von Seiten des Narzissen, dass wir zerstört genug sind, einfach alles zu machen, was die Narzissen von uns wollen. Sondern nein, du hast tatsächlich diese Kraft aufgebracht zu verstehen, dass da was nicht richtig läuft und dass du in so einer Beziehung auf gar keinen Fall weiter verharren möchtest. Dass du da raus willst, weil du wieder was für dich tun willst, weil du erkannt hast, dass es um dich geht in diesem Leben. Sie wollen immer die Kontrolle und das versuchen sie auch zu erlangen über den Nullkontakt. Also bleibt da stark, unterbrecht das nicht und beschäftigt euch möglichst mit eurer Heilung. Alles, was aus Richtung des Narzissen kommt, sei es aus eurer Familie, sei es, dass ihr irgendwie zufällig irgendwas seht, sei es, dass irgendjemand deiner Freunde mit dir über diese Thematiken sprechen möchte und du merkst, dass der Kontakt zum Narzissen hatte, dann bleib ganz klar und sage, nein, wenn du mit dieser Person Kontakt hast und zu dieser Person Kontakt hältst, möchte ich mit dir über dieses Thema nicht sprechen. Sei da ganz, ganz deutlich und klar. Auch das heißt nur Kontakt, dass du dich nicht darauf einlässt, dass du praktisch über beeinflusste Dritte diesen ganzen Kram wieder an dich heranlässt und sei da wirklich, wirklich deutlich. Du musst da niemanden beschimpfen oder sowas. Aber letztendlich wird er die so beeinflusst haben, dass sie dann wirklich feststellen und sagen, naja, dann wird das mit uns wohl weiter nichts werden. Und die werden sich dann auf die Seite des Narzissen schlagen. So what? Dann ist das eben so. Überhaupt kein Problem, weil die tun dir nichts Gutes. Das machen die, glaube ich, nicht mal böse, sondern das ist so, dass die auch so beeinflusst sind, dass sie dieser Person schlichtweg glaubt. Und ihr werdet leider, das ist so, auch Menschen verlieren, wo ihr nicht geglaubt hättet, dass ihr sie verliert. Aber das gehört zu diesem ganzen Ablösungsprozess dazu. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis die Tage. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.